An dem würde ich jetzt das letzte Wort übergeben und ich danke euch total, dass ihr bis jetzt hier durchgehalten habt. Und ich hoffe, wir machen weiterhin solche Aktionen. Danke an, ich bin der Dietrich Wittel, ich bin vor 35 Jahren nach Kanada ausgewandert als Arzt und möchte ganz kurz erklären, was Monsanto und ihre Produkte wirklich auf sich haben. Wenn Sie das nächste Mal in USA oder Kanada sind und nach jedem Essen, egal ob das das beste Restaurant oder McDonalds ist, sich so ein bisschen mulmig im Magen fühlen, dann sind das wahrscheinlich die genetisch modifizierten Nährungsstoffe, die so weit verbreitet sind in Nordamerika, dass man denen nicht mehr entkommen kann. Zusätzlich zu diesen GMOs haben Sie allerdings auch eine jede Menge Roundup. Und wir haben bisher noch nicht viel über Roundup gesprochen. Alle Nahrungsmittel werden praktisch mit Roundup verseucht, auch das Grundwasser ist mit Roundup verseucht. Vor nur zwei Monaten erschien eine Studie von MIT in Boston, wonach Roundup mit Leberschäden, Alzheimer und Autismus zu tun hat, weil es die Leberenzyme vergiftet. Roundup ist außerdem mutagen, das heißt es kann Krebs verursachen. Das hat man in Argentinien vor zwei Jahren schon festgestellt. Roundup wird heutzutage über die Felder gesprüht, als wäre es Wasser und damit werden die Linsen, die Rapsfelder künstlich gereift. Die Regierungen weltweit haben bis zu 200 Mal so viel Roundup als Restbestand erlaubt, wie das früher der Fall war, ohne jede einzige Studie. Noch mal auf die GMOs zurückzukommen. Sie haben da Produkte, die bakterielle Gene eingeführt haben. Das Korn oder der Mais, der produziert seine eigenen Pestizide, die auch im Körper weiterarbeiten. Die Antibiotika-Resistenz ist all in diese Pflanzen eingebaut und arbeitet auch in ihrem Magen-Darm-Takt weiter. Das heißt, ihre Bakterien werden umerzogen, auch Antibiotika-Resistenz zu sein, als Resultat der Tatsache, dass sie irgendwelche Tortillas oder Kornprodukte konsumiert haben. Dann sind da die Öle, die vom Rapsöl deriviert sind und die werden auch sehr stark mit Roundup behandelt, damit das alles gleichzeitig reift. Ich habe da ein paar Notizen, aber im Grunde genommen habe ich das Wichtigste gesagt. Wir müssen noch über Monsanto sagen, dass vor nur zwei Monaten Barack Obama, vor sechs Jahren hat er gesagt, er würde alles labeln, also Etiketten draufschreiben. Das ist nie geschehen. Aber vor zwei Monaten hat er den Monsanto Protection Act durchgehen lassen. Wenn eine Firma wie Monsanto ein Produkt produziert, das erwesenermaßen alle möglichen Krankheitsursachen verursachen kann, dann kann man die Firma Monsanto nicht mehr belangen. Die sind immun von Strafverfolgung. Das muss man sich mal vorstellen in einem Land, das sich freies Land nennt. Außerdem, weil so viel Gemos in Nordamerika produziert und an den Mann gebracht werden, sind die Leute ja, wie viele, sehen aus wie Karikaturen von Übergewichtigkeit bis zum Gehtnichtmehr. Autismus ist überall und keiner weiß sich zu helfen. Die Ärzteschaft hat damit bisher noch nicht Kontakt aufgenommen, dass das durch die Ernährung verursacht wird. Mein Deutsch ist ein bisschen holprig nach 35 Jahren. Das ist gut. Farmers sued. Wie bitte? Farmers sued. Farmers sued. Farmers are sued. Ja, ein berühmter kanadischer Farmer, der hieß Percy Schmeiser, vielleicht haben Sie davon schon mal gehört. Der wurde vor mehr als zehn Jahren von Monsanto durch die Gerichtshöfe geschleppt, weil der Raps in sein Feld geweht war. Und das passiert eben mit diesen ganzen genetisch modifizierten Produkten. Und dann wurde ihm erst mal seine Ernte weggenommen. Dann drohte ihm das ganze Land weggenommen zu werden. Und er hat aber letztendlich gegen Monsanto gesiegt. Und ist wahrscheinlich der Einzige, der Monsanto mehr Schaden zugefügt hat als jeder andere. Der Herr Percy Schmeiser ist in der zweiten oder dritten Generation aus Bayern und hat in Deutschland sehr viel gesprochen. Ich sollte noch eines erwähnen. Wenn also ein genmodifiziertes Produkt im Umlauf ist, dann kann man das nie wieder aus dieser Welt entfernen. Das verbreitet sich so wie die Kaninchen in Australien, weil die keine Feinde hatten. Dann gibt es andere Beispiele auf jeden Fall. Sie können die Dinger nie wieder loswerden. Das ist im Grunde genommen schlimmer als eine nukleare Verseuchung, die langsam aber sicher abklingt durch die Halbwertszeit. Die genmodifizierten Saatgüter, die jetzt im Umlauf sind, lassen sich nie wieder entfernen. Das beste Beispiel dafür war der Flax, der vor zehn Jahren modifiziert worden war, nie auf dem Markt war angeblich, nie angebaut worden war. Aber man wusste, dass der hergestellt wurde. Und als vor zwei Jahren Bio-Flax von Kanada nach Deutschland geschickt wurde, hat jemand das auf Genmodifizierung untersucht. Und da stellte sich heraus, dass das modifizierte Gen in diesem Bio-Flax drin war. Die Sachen kann man nie wieder aus Deutschland oder der ganzen Welt entfernen. Kann ich mal eine Zwischenbeklattung einwerfen? Ja. Die Saatgüter steht jetzt gern mit den Herstellerin. Ja, die Bank, ja. Die Saatgüter, die Saatgüter, die Saatgüter, die am Prinzip von Man-Saint-Au-Bahn, glaube ich, so relativ weit mit Finanzen. Und auch mit Microsoft, mit Bonn, all die hüblichen Verdächtigungen, die da haben gefertigt. Also das haben sie ja nicht im Platz getan. Sie denken, warum wir die Bauten, das haben die nicht getan uns für die Nachbände. Ich möchte jetzt... Der Herr spricht über die Saatbank in Norwegen und auch die Tatsache, dass Monsanto all diese Saatgutfabrikanten aufkauft und inzwischen der weltgrößte Saatproduzent ist und auf die Weise praktisch kontrollieren kann, was für einen Farmer heutzutage noch zur Verfügung steht. Denn das Bienensterben muss man auch erwähnen, denn das Korn und das Soil produziert praktisch Pestizide auf andauernder Basis. Michael Taylor wird mir gerade hier zugeflüstert von meiner Partnerin Heidi. Michael Taylor war früher der Chef von Monsanto und Obama hat Michael Taylor, den Chef der FDA, Food and Drug Administration, in den USA gemacht. Da kann man mal überlegen, was der Obama aus der einen Seite des Mundes sagt und wirklich denkt und macht hinter den Kulissen. Er hat also einmal den Monsanto Protection Act unterschrieben. Er hat auch den Monsanto-Chef zum obersten Aufseher der Food and Drug Administration gemacht. Und bisher hat es noch kein genetisch modifiziertes Produkt gegeben, das nicht durch die USA, also durch den Approval-Prozess gegangen ist. Die sind alle genehmigt worden, sind alle im Umlauf und das geht immer so weiter. Die Amerikaner zwingen die Europäer praktisch durch die dramatische Wege, diese Sachen zu akzeptieren. Und das geht auch wieder durch die Hintertür. Aber wiederum, sie wissen gar nicht, wie gut sie es hier haben in Deutschland, dass sie eben noch relativ beschützt sind. Wenn ich hier bin in Deutschland, kann ich überall essen. Wenn ich in Nordamerika bin, dann kann ich nur im Bioladen essen, sonst bekommt man das Zeug nicht mehr. Und es ist nachgewiesen bei den Rattenversuchen, dass Tumoren verursacht werden. Heidi hat es schon erwähnt, der Magen-Darm-Takt innerhalb von zwei Wochen praktisch aufgerollt ist und das Epithel versagt. Die Nierenschäden, die Leberschäden, das ist alles erwiesen. Und zum Glück haben die Franzosen vor zwei Jahren die Studie veröffentlicht mit der Langzeitstudie mit den Ratten, wo das auch nochmal erwiesen ist. Aber die Patente für die genmodifizierten Produkte sind so aufgeschrieben, dass ein Privatforscher nicht sich zehn Ratten kaufen kann, die füttern darf. Das ist ein Verstoß gegen die Patente. Es gibt keinerlei unabhängige Forschung über diese Sachen. Das ist alles Industrieforschung. Ja, ich glaube, vielleicht möchte noch jemand anderes was sagen hier. Vielen Dank, dass du extra aus Pallada hierher gekommen bist. Okay, ich wünsche euch einen ganz tollen Nachhauseweg und eine heiße Badewanne und noch viel Spaß. Dankeschön, dass ihr alle da wart. Wuhu, wir sind alle da noch am Anfang.